Ein Landwirt hat ein paar Ferkel verkauft und sich fünf 100-Euro-Scheine in die Brusttasche gesteckt, bevor er in den Stall ging, um die Sauen zu füttern. Als er den Trog reinigen wollte, bückte er sich und dabei fielen ihm drei Scheine aus der Tasche. Bevor er jedoch reagieren konnte, hatte die Sau die drei Scheine gefressen. Später rief er seinen Tierarzt an und fragte um Rat. Der Tierarzt meinte, nun ja, abwarten wird nichts bringen, aufschneiden ist teurer als der Schaden und vermutlich überlebt es die Sau nicht. Aber ich habe von einem Trick gehört, der folgendermaßen funktioniert. Man gibt der Sau einen Schnaps und ein Bier, selbst trinkt man das gleiche, dann gibt man der Sau einen beherzten Arschtritt, die Sau erschrickt sich, wodurch sie rülpsend das Verschluckte wieder ausspuckt. Der Bauer dachte sich, der Tierarzt spinnt vielleicht ein bisschen, aber zu verlieren habe ich nichts. Also ging er mit seiner Sau in die Dorfkneipe. Zwei Bier, zwei kurze, ein Tritt und plötzlich lagen 100 Euro vor der Sau. Der Wirt traute seinen Augen kaum, bei der nächsten Runde passierte genau dasselbe. Plopp und wieder landete ein Schein vor der Sau. Da sagte der Wirt zum Bauern, wenn das nochmal klappt, kaufe ich dir das Schwein für 1000 Euro ab, also bestellen sie zwei Bier, zwei kurze und nach einem erneuten Tritt lag auch der dritte Schein vor der Sau. Der Bauer nahm die 1000 Euro, überließ die Sau dem Wirt und ging gut gelaunt nach Hause. Zwei Tage später erschien in der Zeitung, besoffener Wirt tritt sau tot.